Ein wunderschönen guten Hallo Freunde der leisen Tanzmusik und willkommen zurück zu einer neuen Folge Robocop Rogue City. In der letzten Folge haben wir es ja geschafft, naja mehr oder weniger erfolgreich mit Robocops ganz humanen Mitteln einen Gefängnisaufstand niederzuknüppeln, äh ballern, dafür zu sorgen, dass die Insassen doch eher lieber wieder in ihre Zellen gehen. Denn uns wurde dann zum Schluss von Antanowski, äh, ich krieg den Namen nie auf die Kette, äh, gesagt, dass er wohl auch irgendwelche Einheiten ins Krankenhaus geschickt haben, um, ja, Anne-Louise einen Besuch abzustatten. Das wollen wir natürlich verhindern, weil unser Partner soll ja geschützt sein. Und die haben schon mal einen ganz guten Anfang gemacht. Ähm, ja, dann würde ich mal sagen, legen wir mal los. Aber ich hoffe, euch da draußen geht es soweit gut und wenn nicht, sieht zu, dass ihr das wieder hinbekommt. Und solltet ihr gerade ein Sekündchen haben, könnt ihr auch gerne, äh, ein Däumchen nach oben da lassen, ne? Ähm, dann schauen wir uns mal, äh, unsere Charakterpunkte an, denn wir haben ein wenig was. Aha. Oh ja, das finde ich gut. Das finde ich gut. Gut. Was hat denn er als Maximum hier? Verstärkte Schockwelle. Ja, okay. Ne, machen wir mal hier. Das möchte ich gerne haben, weil kleine Geschosse prallen ab und, äh, Schaden Gegner. Da hätte ich Bock drauf, ja. Doch, das machen wir. Alles klar, die haben hier schon mal ganz gut durchgearbeitet. Aber hier ist anscheinend erstmal nichts zu finden. Na, dann wollen wir mal. Wieder mal der gute alte Aufzug. Ja, und er hat uns leider mit unseren Gedanken konfrontiert. Oh nein. Oh nein. Blut und Morde überall. Ja, alles gut. Ich gucke hier nur ein bisschen. Oh, oh. Jetzt aber schnell, du. Sie hat sie erschossen. Komm schon. Das ist nicht ihr Blut. Zum Glück. Dann hätte er dir was getan, hätte ich ihn erschossen. So ein Ding wird das nämlich dann. Ach, ab ins wohlige Heim. Oh, thank God you're safe. Wir haben dich, Officer. Wie fühlst du dich? A little banged up, aber ich habe sicherlich noch etwas schlimmer. Das Wendel-Guy braucht es für was er getan hat. Und er wird. Aber wenn? Wie viele mehr innozentige Leute müssen das getötet werden bevor das passiert? OCP hat nicht unsere Brüche. Wir wissen, dass Wendel für ihn arbeitet. You know, was wir sollten tun? Don't even sagen es! We should go on strike. Yeah! Sergeant, how can we go out on the streets knowing that the people who hire us are working against us? Don't forget about the robots. We will discuss this further. But first, Murphy, it's time for your evaluation. Oh, God. Aber diesmal müssen wir doch ganz gut abgeschlossen haben, oder? I'll be catching up on what's been going on, partner. Also, jetzt müsste es doch ganz gut gelaufen sein. Oh, my God. Lewis ist zurück. Hey, Steph. Neue Gruppierung. Äh. Gruppieren. So rum. Ups. Robocop. Please, have a seat. Yeah, yeah, yeah. Na, Platz nehmen. Schicker Stuhl. Jetzt aber komm. Komm schon. Fast. Fast. Sieht gut aus. Ah, verdammt. Ja. Endlich. Endlich. Wieder ein solides A. Ah. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Oh, warte mal. Jetzt können wir das hier aber voll machen. So, schön. Ähm. Was haben wir denn noch? Gesundheit. Hm. Scan läuft. Was? Querschläger. Abprallende Kugel. Splittern und treffen mehrere Gegner. Es ist aber auch geil. Hm. Das klingt ja eh nicht alles voll. Fokus. Was wird denn hier? Erhöhter kritischer Schaden. Besser der Zeitlupe. Gesundheit. Hm. Komm, machen wir noch ein bisschen im Waffen. Ist nie verkehrt. Euer Power können wir brauchen. Errungenschaft. Übungen macht den Meister. Hä? Was guckst du denn da? Als ob du da warst. Alles gut. Okay. Gut, gut, gut. Der wird schon wissen, was er da macht. Dr. Blanche anrufen. Das klingt nämlich irgendwie merkwürdig. Was uns gesagt wurde, dass sie wohl irgendwie komisch wirkte. Dr. Blanche. Thank you for returning my call. I don't know what to do. Who to trust. What seems to be the problem? My research that I was conducting on you. It's gone. All the data that I collected is missing from the precinct. If someone felt comfortable stealing my computer, they may come after me once they realize that most of my records are on paper. OCP has been adamant about me keeping all the records on my computer, but I don't trust technology, and I don't trust OCP. I keep most of my records with me in my notebook. I don't know who to turn to. Except you. Where are you now? Home. You are not safe there. Meet me at the Star Motel. Yes, I know the place. I'll meet you there. Thank you. Is clear. Ab ins Hotel. What's in here was? Haben sie alles in Griff? How dare you? My family has been serving that neighborhood for generations. You should know that I have many offers to buy out of the shop, but I would never sell out to OCP, unlike you lot. I need to speak eye to eye with the man who ignored my call this afternoon. Just a moment, sir. Murphy, I think it's your new buddy who's been on dispatch duty today. Could you check this matter with him? Ähm, okay. Warte mal. Da, Aufträge. Die Lage. Dann, äh, checken wir das mal. Da, bin... Was ist denn jetzt schon wieder los hier? Oh, oh. It was you sitting on your ass in dispatch when my cousin called the police. You never were and never will be part of this team because you're not a real cop. You may fool some of us, but I can smell a rat a mile away. Ah. Attacking a fellow officer is a violation of the law. I will not allow it. Of course you won't. You're both OCP's puppets covering for each other. This is bullshit. Come on, Steph. Let's just go. Whatever, man. Your stress level appears to be high. I recommend using a health pack. I'm guessing you're not here just to check my vitals. Can I help? There has been a complaint about police ignoring calls. You mean other than this one? I had a feeling something was wrong with the switchboard. Can you meet me in the dispatch room? I want to show you what I mean. Na gut. I think the problem started when OCP brought new equipment in. I mentioned to the technicians that I thought something was wrong with this switchboard, but they said not to fuss as this stuff is top of the line. Maybe you could have a look at it? Okay. Wollen wir mal looky looky. Aha. Okay. Irgendwelche Änderungen? Einwandfrei. Ja, so. Einwandfrei. Monitor. Ähm. Ach, den Kabelfall auf folgen. Geht Lobby. Nein, 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 nein. Nein. Oh, warte mal. Und? Oh, warte mal. Police, what's the emergency? Hello? I just called, and I believe someone hung up on... Okay. Just remain calm. Officers are on their way, and we'll be with you shortly. I haven't even finished my last sentence, and you... Thank you for contacting the police. Stay safe. Hmm. Hmm. So, any luck finding what's wrong with it? The switchboard has been tampered with. Calls are being patched through to a concealed answering machine. That's seriously messed up. But it's definitely not all the calls. I've been receiving a pretty decent share of them. But have a look at this. I marked the map with all the calls I've answered this week. One entire district seems to be completely empty. Yeah, and it's that run-down neighborhood. We need to find out what's going on over there. An opportunity presented itself. There is a victim from there awaiting an apology. Okay. Let me take care of that. I'll tell you what I find once I'm done. I can't undo the injustice you suffered, but I want to make it right. I'd like to start by visiting your store. Maybe I could take your statement there, so I don't keep you here any longer. Finally, someone who's hearing me out. I want to see you by the end of the day. Otherwise, this manner goes straight to Miracujá. Once I finish my dispatch duty, I'll come right over. Good. Good. I can take my leave net. It's the perfect opportunity to check out the area and learn what the locals know, don't you think? I agree. If you're not busy with your other duties, maybe you could join me there? Ja, das können wir dann machen, ne? Jungsche. Das machen wir dann. Aber erst mal. Wir müssen doch noch zur Besprechung. Mensch. Sonst brauchen wir hier gar nicht losgehen. Was denn hier los? Murphy, you're here. Let's start with what you found out at that prison. I will show you somewhere private. I think I've got the place. The new OCP project is what will make this possible for you. But I wouldn't want to leave you empty-handed. So let me at least give you this. The project's called Afterlife. Hmm. You've got some balls to even mention something like that. Nevertheless, good luck. Even if it's true, he's untouchable. Unlike you, I've got some work to do. Final preparations before the expo. So wish me luck. Good luck. Becker's right. We can't just go on accusing people without proof. What else is there? Seems that Wendell found himself another gang to work for him. What do we know about them? Guns for hire. He's paying a lot for their services. They're supposed to be very computer savvy. Real high-tech shit. Dr. Blanche mentioned her computer was hacked. Then I think we found ourselves a new lead. Murphy, I want you to pursue this. I will pay Dr. Blanche a visit. Alright, everyone dismissed. Yay. Auf geht's. Ab ins Gefecht. I can't wait to go back out there, partner. You're not going anywhere. Ach man. That's Sarge. I need you here. That's the end of the discussion. Yeah, so is that. Murphy. Mayor Cusack wants to talk to you. He's waiting in Reed's office. So, man. So, man. So, man. Ich komme hier nie weg. Ich komme heute hier nicht mehr raus. Es ist ja schlimm. Ah, okay. 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 Geben wir mal. Cusack. Ach, der Schubbler. Ey, Mann. Der geht mir aber auch irgendwie auf die Nerven. Was sitzt der eigentlich da? Der hat da gar nichts zu suchen. Ich bin, Frankenstein. Ich liebe es, wie ein Rekord geschlossen. Aber die Ereignisse ist ein paar Tage lang. Der Zukunft dieser Stadt ist auf der Schubbler. Das ist, warum ich mit Ihnen bin. Ich will Ihren Unterstützung. Ich sage mir, was ich machen, und ich werde es. Ist das Geld? Ich will ich Sie? Ich werde Ihnen sagen, Herr Mayer, dass bribing Voters ist illegal. Aber wenn das ist, dann weiß ich wie ich, dass wir nicht die OCP regeln. Im ganzen zwei Tagen. Okay, alles klar. Ja, bring mir irgendwelche Beweise, damit könntest du mir helfen. Ah, ich weine. Luis. Nix. Wünsch mir Glück, gib mir Knutsche auf den Helm. Irgendwas, nicht. Ab ins Aude hin. Ja. Wir möchten das Gebiet verlassen. Mit quietschenden Reifen. Ach, man könnte sogar überspringen. Ach, warum denn? Die paar Sekündchen. Das gehört dazu, oder? Da sind wir. Okay. Wo fangen wir an? Electronics. Bist du auf dem Weg, um Dr. Blanche zu sehen? Ja. Lass uns hoffen, dass ich nicht durch eine andere Beweise schlafen werde. Also, das Verstoß für die Ereignisse oder ein Kühlschrank, oder? Wir machen jetzt das härteste, womit man diesen Leuten Einheit gebieten kann. Hier, ein Strafzettel. Das wird er sich merken. Haha. Oh, ich habe noch einen Punkt. Ja, den können wir noch machen. So, dann gehen wir erst mal zur Frau Doktor. Die ist mir sehr wichtig und ans Herz gewachsen. Ja, auch in dem Film waren eigentlich die, bei uns auf dem Polizeirevier ja immer die Ärzte nennen, die, ja, sehr freundlich sind. Und hallo, Katze. Empfangsdame. Ach, das ist ein Hotel. Du bist viel zu früh. Die Bachelorette-Party beginnt an 8 Uhr. Ich bin hier, um mit Olivia Blanche zu treffen. Welchen Raum ist sie in? Das ist ein By-the-Hour-Hotel. Die Leute haben nicht immer Namen. Dr. Blanche ist in ihrer 50er Jahre. Blanche, langes Haar, möglicherweise in einem Ponytail. Ich habe dich, das ist die klassische Frau, die in Ruhe 405 bleibt. Danke, Bürger. Also, du bist nicht der echte RoboCop? Hör, wenn du eine mature Frau nicht wirst, dass du dich nicht beantworten kannst, dann bin ich sicher, dass ich jemanden jünger finden werde, der mich glücklich zu helfen würde. Bis hier hoch. Ach, das ist meine Stimme immer wieder mal so ein bisschen weg. Tut mir leid. Klopf, klopf. Go there. Ja, das ist schon mal eine gute Aussage, ne? Da fühlt man sich gleich besser. Ja, das ist schon mal. work computer with a tracking device you could download its last coordinates from my private computer it's right there on the desk maybe this will help you find the culprit i will find them and they will pay actually even if those thieves were after my research they'd be disappointed i keep most of my notes on paper including my conclusion i know the whole process wasn't easy for either of us but i'm sure you felt there was progress how do you feel about doing the final session now hmm oh hat mir gefallen to adhere to our working relationship thank you i really appreciate it you agreed to a non compulsory evaluation does that mean you felt our sessions are helpful yeah a lot has changed since we started do you remember how you perceived yourself back then hmm as machine teil maschine und teil mensch i was struggling to comprehend my own existence that is correct but since then did you have a change of heart how do you consider yourself now i like to think of myself as a person i'm glad to know you can finally see this through our time together i've learned a lot about you and one thing i know for sure is that you're not some kind of soulless ocp robot these so-called glitches are your memories it seems to me that they manifest themselves in unusual ways because they are trying to get through a mechanical barrier but as memories and the past make up everyone's personality those memories make you who you are as well this is what makes you different from a machine you should not fear them but embrace them but there is also the other kind and that worries me but the malfunctions you're referring to seem to be strictly technological i'm afraid someone is using your mechanical side to mess with your psyche they would be more successful if it wasn't for your human side and no wonder it's probably your strong will that allowed you to bear the extraordinary burdens and it's also what's been protecting you from totally malfunctioning i don't know a single person who could endure that so if this evaluation was to determine whether you're human or not my answer is you're not just a human but an exceptional one alex murphy don't you ever forget that unless you want to have me on your case again i will try thank you doctor use my computer to download the coordinates of the tracking device ah, that's what we're doing right here it's right there on the desk and we're doing our thing right here and we're doing our thing right here i have the coordinates hello dr blanche i got a special delivery for you but i haven't ordered anything i only need your signature can you please open the door no we got visuals on the tango not so kumpel oh god oh god were they here to kill me we need to move luis there was an attempt on dr blanche's life das war doch wieder mal so klar yes but she will need an escort roger that i'm on my way oh it's brennt warum brennt das is aber schlecht wenn's brennt ach so, äh, die richtung das ist, äh unschön we need to move oh sag mal aber jetzt haben wir doch dieses update das da we need to move alles gut dr wir schaffen das schon naja das abhauen wir schon noch ja und du lebst aber noch mag ich aber hey nenn mich nicht so ich würd dir sagen ich hab dir nichts getan aber oder we need to look for another way ah, so'n ding wird das ah, da machen wir uns noch einen weg gibt's hier, yo, nuke schön paar drogen rein snacken und mein liebling einmal durch die wand das machen wir und das nehmen wir mit das machen wir und das nehmen wir mit mhm, das jetzt sieht sehr gut aus na, was haben wir denn hier ja genau, Olivia ja, geht nicht anders ne ne ich nehm dich mal ein Röntchen mit ja, das ist bestimmt lang anstrengenden Tag Katze? wo? Mieze ich rette dich Mieze? Mieze, hau ab! schnell! lauf! ähm ja ok, und nu? da lang nein, auch nicht ok dann doch andere Richtung da, Treppe runter wir haben die Mieze gerettet das gibt massig extra Punkte könnte ich wetten aha ah ja ok ähm ja, gar kein Problem immer gerne warum funktioniert das nicht? was haben wir denn? oh ja, ja wirklich ich hab ihn durch die Wand geworfen was haben wir denn hier? na gucke mal einer schau oh ja, das will ich schön, ne OCP-Kiste gefunden das ist nie verkehrt Sprinkler echt, so schnell schon? Mensch, ist das ein System warum haben wir das in Deutschland eigentlich nicht? Sprinkleranlagen in jedem Haus und Wohnungen und so das wäre doch sinnvoll, oder? ins Knie oh, was ist... ne, nicht ein Stromkasten wäre gut gewesen Frau Doktor, Sie sollten nicht als erstes vorgehen das sollten immer noch wir machen jetzt ich kann�ne die 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 nicht die kauf Woaah! Woaah! Signalverfolgung. Um die genaue Position deines Ziels zu bestimmen, verwende die Signalstärkeanzeige in der oberen linken Ecke deines HUDs. Der Prozentwert steigt, wenn du dich in die richtige Richtung bewegst. Ah ja, der Klassiker. Washington is requesting backup on St. Johns Street outside the Fishmongers. Multiple armed suspects cited. Alles klar, soll er kriegen. Aber die Unterstützung kriegt ihr in der nächsten Folge, denn die ist wirklich viel zu lang geworden. Und ich danke euch vielmals, dass ihr wieder mit dabei wart. Und wenn es euch gefallen hat, ihr wisst schon, lasst gerne ein Lack oder ein Abo da. Schreibt einen Kommentar, das hilft mir sehr, aber Hauptsache wie immer ihr schaut das Video. Bis zum nächsten Mal, euer Scotty. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.